Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Hier ist wieder euer Tastenhauer zurück in Vampyr. Ja, und ich habe hier ein paar Upgrades schon mal vergeben in eurer Abwesenheit und werde die gleich bestätigen. Ich habe mir hier physische Stärke geholt, mehr Ausdauer. Ich habe ein bisschen mehr Heilung über unsere Bissfertigkeit uns geholt, mehr Blutkapazität plus 5% und einen großen Durst haben wir auch. Wir erhöhen die Blutaufnahme, wenn bis im Kampf verwendet wird und dann bestätigen wir diese ganzen Fähigkeiten, sind jetzt schon auf Stufe 6. Okay, ja, jetzt sehen wir hier dieses Bürgermenü, das uns jetzt mal ein bisschen ausführlicher präsentiert wird. Es gibt hier verschiedene Bezirke, wie hier zum Beispiel das Pembroke Hospital und unsere Entscheidungen, also ob wir Leute umbringen, was wir über sie wissen, das verändert jetzt hier auch unter anderem den Gesundheitszustand des gesamten Bezirks. Also hier haben wir ja Clay Cox ausgesaugt. Also man kann so ein bisschen hier auch den Richter spielen und sich überlegen, wen will ich hier eigentlich aussaugen, wer soll leben, wer soll sterben sozusagen. Und wir sehen, das gibt auch unterschiedliche EP natürlich. Wir könnten Dr. Swansea eventuell auch irgendwann aussaugen, aber das möchte ich natürlich eigentlich nicht. Wir haben noch keine Hinweise über ihn. Dr. Edgar Swansea, wir kennen schon ein bisschen was über Dr. Cochran Tippetts und über eine Frau, die ihm ziemlich angetan von ihm ist. Gwyneth Brennigan, die Schwester, die ältere hier. Andere Charaktere kennen wir hier noch nicht. Und hier kann man dann sehen, hier zum Beispiel ist Sean Hampton, die Stütze dieses Bezirks. Das ist die wichtigste Figur offenbar. Und dieser Bezirk ist nur stabil. Und einer der Charaktere, das ist glaube ich der Säufer, den wir im Pub gesehen hatten, der ist erschöpft. Und den könnten wir theoretisch heilen mit Behandlung gegen Erschöpfung. Ich glaube, das können wir irgendwie herstellen. Könnten ihm das geben. Das würde die EP erhöhen. Allerdings, warum sollten wir den irgendwie umbringen? Macht ja keinen Sinn für die EP. Ich weiß immer noch nicht genau, ob man die EP auch bekommt, wenn man die dann freilässt, die Leute. Oder wie das genau funktioniert, hier dieses System. Hier zum Beispiel sehen wir, in einem unbekannten Bezirk steht Dorothy Crane vor. Und da sieht es bedenklich aus mit dem Zustand der Bürger. Und hier wissen wir noch gar nichts. 85% stabil. Und das verändert sich jetzt im Laufe des Spiels. Und da haben wir eben auch einen Einfluss drauf. Okay, wir sehen es auch hier. Status des Bezirks wird uns angezeigt. Wir füllen mal die ganze Munition auf. Ja. Und untersuchen mal ein bisschen unsere... Unser Zimmer. Genau. Hier können wir Behandlungen, also Toniken sozusagen, erstellen. Hier gibt es Sera. Ich weiß nicht, was Sera sind. Wir wollten die Blutprobe analysieren. Das können wir auch mal machen. Und haben jetzt ein leichtes Regenerationsserum. Regeneriert 300 Lebenspunkte sofort und anschließend 150 innerhalb von 15 Sekunden. Können wir natürlich jetzt noch nicht herstellen. Ja, ist das denn so? Wir haben ja schon gerade eigentlich übernachtet, oder? Hm. Zehn Glasfiolen finden wir hier. Gut bevorratet. Ein Artikel über Econ. Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern. Ihre faszinierenden physischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Dies sind ein paar der interessantesten Fähigkeiten. Die ich persönlich beobachtet habe, während ich über die letzten zehn Jahre Vampire oder Econs, wie sie sich selbst nennen, befragt habe. Übernatürliche Geschwindigkeit. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen. Aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schneller als jeder Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen, Furcht, Überraschung, Fluchtbedürfnis, sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihren Bewegungen nicht folgen, wenn sie so schnell sind, doch zaubern sie nicht und lösen sich auch nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies eine katzenartige Eigenschaft. Sie können so schneller und weiter als wir rennen, springen und ausweichen. Ich habe weiterhin bemerkt, dass sie diese Geschwindigkeit erschöpft und dass sie an physikalische Grenzen gebunden sind. Eine der mächtigsten Fähigkeiten der Vampire ist es, Sterbliche dazu zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Ich nenne dies Mesmerismus. Es hat aber nichts mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun, ein Subjekt in einen anderen mentalen Zustand zu versetzen. Ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig beugen und sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragte, sagte mir, dass je mehr sich ein Subjekt wehre, desto dauerhafter wäre der Schaden, da ein Vampir wortwörtlich die Psyche eines Opfers zergliedern kann. Derselbe Vampir erklärte mir, es brauche Zeit, diese Fähigkeit zu meistern. Je nach Subjekt könne das Ergebnis außerdem stark variieren. Eine falsche Erinnerung einpflanzen, eine schmerzhafte löschen. Die Möglichkeiten seien unbegrenzt. Und beängstigend. Gespür für Blut. Dies ist wohl die schädlichste aller Eigenschaften, da aus ihr so viele Tragödien für die Vampire und für uns entstanden sind. Vampire gieren nach Blut. Sie müssen sich mit ihrem Willen selbst unterdrücken, um nicht fieberhaft jedem Tropfen Blut nachzujagen, dem sie gewahr werden. Es erhält sie aufrecht. Nur durch Blut können sie ihre übernatürlichen Fähigkeiten voll ausschöpfen. Obwohl er nicht durch Unterernährung oder Durst sterben kann, kann ein ausgehungerter Vampir sehr schwach sein. Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut erklärt ebenfalls, warum es Vampire derart in Erregung versetzt. Und auch das habe ich nicht gemacht gerade. Ich weiß nicht, warum es das manchmal tut. Ein Vampir gestand mir, der Geruch und die Anziehungskraft von Blut seien so stark, dass es ihn manchmal blind mache. Wenn er sich konzentriert, kann ein Vampir das Blut um sich herum fast sehen. In warmen Körpern, durch Wände hindurch, an vermeintlich sauberen Waffen etc. Derselbe Vampir verriet mir, dass er sehe, ob Sterbliche gesundes Blut haben oder krank seien und dass er in seiner Umgebung in manchen Fällen Krankheiten, infizierte Kleidung und blutige Gegenstände erkennen könne. Sollte dies wahr sein, würde diese Eigenschaft in der Medizin unzählige Anwendungen finden. Es wäre kaum zu glauben. Ja, aber von wem stammt dieser Artikel jetzt hier? Das ist ja höchst interessant. Artikel über Econ. Questgegenstand. Ja, ob das wohl Dr. Swansea ist, der hier Vampire befragt hat? Der scheint ja für seine Bruderschaften sehr interessiert an Vampiren zu sein. Und ich glaube, wir ruhen uns jetzt noch nicht aus, oder? Wir wollen hier den Garten im Hinterhof betreten. Genau, das ist die Aufgabe. Milton Hooks, der Krankenwagenfahrer des Pembroke Hospital, erzählte, er wurde während einer Fahrt zum Krankenhaus von einem Patienten angegriffen. Er musste durch den Garten der Einrichtung fliehen, hat dabei allerdings seine Geldbörse verloren. Der Angreifer muss recht brutal gewesen sein, denn Milton weigert sich zurückzugehen. Vielleicht sollte ich mir den Garten anschauen und herausfinden, was dort vor sich geht. In der Tat, ich denke, das sollten wir tun, bevor wir uns jetzt hier zum zweiten Mal merkwürdigerweise ausruhen. Guck mal hier, ein Raum, der zum Lagern irgendwie benutzt wird, aber auch hier können wir nicht plündern. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn wir jetzt anfangen, Leute zu plündern. Dr. Tippets, Dr. Strickland und Dr. Aykroyd befinden sich hier, aber die Tür ist verschossen. Und hier ist offenbar ein Operationssaal, da müsste sich ja eigentlich Jonathan Reed am besten auskennen als Chirurg. Gott, eine riesige Säge hier. Die können wir im Nahkampf verwenden, eine abgenutzte Säge. Das wäre ja ziemlich, ziemlich Roleplay, wenn er die jetzt schwingen würde gegen die Gegner. 15 Geschwindigkeit, 20 Ausdauer. Die Machete hat 15, Angliffsgeschwindigkeit 15 Ausdauer, macht aber weniger Schaden. Ne, macht ja genauso viel Schaden, weil wir sie aufgewertet haben. Aber vielleicht können wir die Säge irgendwann aufwerten. Und irgendwie lässt sich diese Säge dann auch noch stufenweise verbessern. Die Machete im Übrigen nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie man die Sachen hier wechselt untereinander. Das würde mich nochmal interessieren. Leerer Platz, da kann man auch noch Sachen reinsetzen. So, was haben wir hier? Wir können hier noch durchsuchen. Flasche billiger Gin, kleines Fläschchen. Ich finde das jetzt ein bisschen komisch, hier das Krankenhaus auszurauben. Aber, naja, wenn es uns die Möglichkeit dazu gibt, ne. Schauen wir mal nicht, dass das auch noch Auswirkungen auf den Zustand des Bezirkes hat, wenn wir hier was klauen. Bin ich mir nicht sicher, ob es das haben kann. So, zum Hintergarten könnte es hier lang gehen. Hier wird auch ganz viel gelagert. Ja, hier geht es offenbar rein. Schauen wir uns hier mal um. Da drüben ist ein boshafter Skarl. Wir werden uns mal hier von Irren nähern. Das hat ja super geklappt. Wunderbar. Ne, das wird so nix. Au! Du mieses Stück. Na super, ey. Die Hälfte der Lebensenergie verloren. Gott, wie erbärmlich war dieser Kampf. Da haben wir ja richtig gelost. Immerhin, wir bekommen unsere Gesundheit zumindest bis zu einem gewissen Punkt wieder zurück. Mein Blut und meine Seele, sie gehören jetzt dir. Sind das die da unten, die sich unterhalten? Wir können auch mit dem Patienten natürlich noch reden. Aber wir werden jetzt hier erstmal in den Gärten die Untersuchungen vorantreiben. Und ich würde sagen, Zeit für ein bisschen Blut. Na, der hat ja mehrere, der hat ja verschiedene Angriffe hier. Das ist so ein Dreierangriff. Na, komm her, mein Freund. Gut, der ist weg. Da haben wir eine wässrige, kräftigende Blutprobe. Okay, und bei ein bisschen noch 5 EP. Das ist ja gar nichts. Was ist denn hier? Gehört das auch noch zum Krankenhaus? Ja, ne, oder? Was ist das denn hier für ein Ort? Sieht aus wie so ein Postgebäude oder so. Schauen wir uns hier erstmal ein wenig um. Aber wir können hier auch nicht durch. Wir könnten jetzt hier rausgehen. Aber ich will erstmal hier bleiben. Geblendeter Skull. Der ist auf jeden Fall der schwächere von beiden. Okay. Mhm. Oh Gott, der kommt da. Na los. Na, wir können uns ein bisschen in Geduld üben. Na, 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 mein Freund. So nicht. So. Oh, der macht da einen Spagattritt. Noch eine Blutprobe. Und noch eine Blutprobe. Und hier sehen wir eine Fotografie in einer Brieftasche. Das Foto eines verliebt lächelnden Pärchens. Auf der Rückseite steht Milton und Pippa für immer. Das ist bestimmt seine Frau, oder? Beringe die Geldbörse zu ihrem Besitzer. Das können wir gleich tun. Wir könnten uns hier aber nochmal ein bisschen umschauen. Hier ist so ein Mauer-Durchbruch. Und hier ist noch eine Truhe mit Munition. Hier können wir nicht rein. Es ist lockt, all right. Gott, das ist ja jetzt wirklich schon ein ziemlich offenes Gebiet hier. Was ist hier? Quarantäne, Grippe. Betreten Sie diesen Bereich nicht. Im Auftrag des Gesundheitsministeriums. Gesundheitsbeauftragter. Also hier sollen wir draußen bleiben. Hier ist Quarantäne-Gebiet. Durch die Tür kommen wir dann hier auch nicht durch. Wir können hier Mülleimer durchsuchen, wie es aussieht. Schmiermittel und Schraube finden wir immerhin. Wo sind wir jetzt hier? Ich bin so ein bisschen orientierungslos. Öffentliche Bekanntmachung. Präventivmaßnahmen zur Bekämpfung der Grippe. In Klammern spanisch. Bedecken Sie bei jedem Husten. Also erstens. Bedecken Sie bei jedem Husten und Niesen Nase und Mutt mit einem Taschentuch. Gehen Sie zu Fuß zur Arbeit. Kein Spucken. Trinken Sie nur aus Ihren eigenen Gläsern und Tassen. Meiden Sie Menschenmengen. Gehen Sie bei Krankheitsanzeichen sofort zu Bett und rufen Sie einen Arzt. Anfertigung einer Maske. Nehmen Sie ein gewöhnliches Mulltuch mit den Maßen 8x16 Zoll. Falten Sie es zunächst auf die Maße 8x8 und anschließend 8x4 Zoll. Die Schnüre in jeder Ecke sollten etwa 10 Zoll in der Länge betragen. Legen Sie Ihre Maske wie in der Abbildung dargestellt über Mund und Nase im Auftrag der Gesundheitsbehörde. Ja. Da hat man sich die Masken noch selber gemacht vor 100 Jahren. Heute geht alles nur übers Herstellen und Aufsetzen. Auch irgendwie interessant, ne? dass sich das so geändert hat kulturgeschichtlich. Dass wir doch sehr stark zu einer sehr passiven Konsumgesellschaft geworden sind, ne? Was ja nachvollziehbar ist, natürlich. Gut, wir gehen mal wieder zurück und geben Milton hier seine Brieftasche. Wir wollen die ja nicht für uns behalten. jetzt nur die Frage wo ist Bild denn überhaupt? Der war ja hier im Vorhof unterwegs in der Nähe des Krankenwagens hier auch. Jetzt ist der hier erstmal nicht zu sehen. Gott, was ist denn hier los? Totales Durcheinander. Milton, da ist er ja. Er kommt. Sehr gut. Ähm, ja, ich hab ihre Geldbörse gefunden. Was? Die Epidemie ist vorbei? Ich habe ihr Wallet mit all dem Geld und ein bestimmtes Bild. Ja, ja, Pippa Hawkins ist meine Frau. Also, was? Ist es die Differenz der Hautfarbe, die dir verbreitet? Nicht überhaupt, Milton. Gut. Bitte, geh das Geld trotzdem. Um dir zu deinen Mund zu halten. Nicht jeder ist so breit als du, Dr. Reed. Okay, 40 Schillinge immerhin. Goodbye, Milton. Okay. Untersuchung war erfolgreich, wunderbar. Dann kann ich mich jetzt auch irgendwie ins Bett legen und mich ausruhen nach dem Angriff da auf diese Skulls. Könnten hier mit dem Patienten sprechen. Das will ich, das will ich aber erst beim nächsten Mal machen. auch mit Dr. Swansea falls der da ist. Aber wir werden uns hier im Krankenhaus in der nächsten Staffel zu Beginn auf jeden Fall nochmal sehr ausführlich umsehen. Das interessiert mich doch sehr, was hier für Personal und Patienten vorhanden ist. Wir haben übrigens hier noch was an der Wand. Oh, wir haben eine Nachricht von Dr. Swansea ganz übersehen. Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störungen tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und aus zu gehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit all dem nicht alleine dastehen. Ich bin froh, Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Pembroke, geschätzter Kollege. Wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlichen Grüßen, Edgar Griffith Swansea. PS, ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckungen über Econ dagelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu Stammt also tatsächlich von Dr. Swansea. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir ruhen uns aus. Das haben wir uns jetzt wirklich verdient. Ja, 220 EP, jetzt haben wir hier könnten auch alle Fähigkeiten zurücksetzen, aber dann haben wir 0 EP, das machen wir nicht. Wir ruhen uns einfach aus und legen uns hin. Tja, jetzt können wir hier loslegen im Hospital. Wir können aber noch mal kurz hier einmal schauen, können wir hier irgendwas herstellen? Nein, wir haben zwar Glasfiolen, aber noch keine Mittel zum herstellen, ich dachte vielleicht hätten wir was. Könnten hier Dinge aufwerten tatsächlich, wenn wir denn was hätten, aber das haben wir nicht. Die abgenutzte Säge, schade, wir haben nicht genug gewöhnliche Griffsteile. Das fände ich ja irgendwie cool, wenn der Chirurgen Doktor hier kämpft mit so einer, was ist das, Knochensäge. Na gut. Das können wir jetzt alles wiederverwerten. Ach, guck mal, daraus kriegen wir Eisentartrat und Glasfiolen und hieraus bekommen wir nur Glasfiolen. Ich nehme mal die Flasche mit Alkohol, verwende die wieder. Wir könnten auch die Uhr wiederverwenden, das gibt Federn, Schrauben und Schmiermittel. Aber wir kriegen auch einen guten Wiederverkaufswert, deswegen mache ich das erstmal nicht. Guck mal, wir brauchen nur noch N-Natriumchlorid-Lösung, dann können wir hier auch dieses Regenerationsserum herstellen und Chinin und Natriumchlorin, um hier die Erschöpfungsbehandlung herzustellen. Interessant. Nun denn. Ja, ja, ich komme ja schon. Ja, Nurse Crane, wie kann ich dir helfen? Ich bin so sorry, ich weiß, Dr. Swansea wollte, Sie zu resten, aber wir haben ein bisschen eine Krise. Eine Krise, du sagst? Unsere Anzumel Antiseptik ist näher verletzt. Ich war hoffentlich, es gibt eine andere Koffe hier, aber... Ähm, hier sind keine, ja, weiß ich nicht, sie haben hier nichts zu suchen, das ist irgendwie ein bisschen schroff, wir fragen mal nach, so ein bisschen schockiert. Was type of hospital are you running? No Antiseptics? You have been a way too long, doctor. With the war and now this epidemic have been running scarce for months now. I may have a solution. In France during the war drugs shortage was a daily problem and we had to use our wits to overcome certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you nurse. the first of vampire. I think that is very good. I can see what Jonathan Reed about his disease and his vampire can and about this Doppel epidemic we have. So spanische grippe but then some vampire art Wesen as skulls and vampire are not. It is very mysterious and I can see what we find but Aber dazu dann beim nächsten Mal mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und kommentiert auch gerne unter das Video. Das hilft dem Video unter anderem auch, besser auf YouTube gefunden zu werden bzw. angezeigt zu werden. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Tastenhauer sagt Ciao, Ciao. Bis zum nächsten Mal.